Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass es dich gibt und dass du hier bist. Ich bin Monika Niriana, ein Medium der neuen Zeit. Ich bekomme Engelbotschaften und bin sehr hellsichtig. Ja, und auf meinem Kanal findest du sehr viele Engelbotschaften, sehr viele Channelings und du findest auch jeden Sonntag einen Livestream über ein aktuelles Thema. Denn die Zeit, in der wir leben, ist doch sehr, sehr spannend und es ist auch eine Zeit des Umbruchs. Ja, und dafür bin ich für dich da, um Hilfe anzubieten. Sehr gerne begleite ich Menschen durch das Leben. Was ich dir sehr empfehlen kann, ist die Quintas Schule. Das ist ein Fernlehrgang. Die Quintas Schule begleitet Menschen auf ihrem Weg in das Erwachen. Und der Weg des Erwachens ist etwas ganz Individuelles und wird durch diese Schule sehr unterstützt. Die Fähigkeiten werden ausgebildet, werden aktiviert. Und das höhere Bewusstsein, was du durch diese Schule bekommst, erleichtert dir das alltägliche Leben. Mir ist einfach ein liebevolles Miteinander sehr wichtig. Begegnungen auf Herzensebene und Gespräche, die vom Herzen kommen, die von der Seele kommen, das ist das, was ich finde, was uns weiterbringt. Und es gibt auch jedes Jahr Reisen, die du mit mir machen kannst. Reisen nach Avalon. Reisen nach Schottland. Schau es dir einfach mal an. Es gibt auch sehr viele Fernlehrgänge, die du bei mir machen kannst. Eine Ausbildung zum Heiler. Und dann eine erweiterte Ausbildung zum mystischen Heiler oder zum Botschafter der Naturwesen. Ja, dann meine ich, wir sehen uns beim nächsten Livestream und freue mich schon auf dich. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.